hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play meinschaft together mit dem julian und dem alex und der erik kommt dann auch noch oder erst gerade irgendwie erst mal also doch ich hab doch kein dschungelholz mehr ich hab noch die planks und die brauche ich jetzt du weißt du jetzt gerade eben das video mit druck tut mir leid aber ich komprimiert währenddessen auch so zahlen also dateien ganz schön viel weil ich dachte ich mal ordentlich aus wenn du kannst kein deutsch wo als er das lecker richtig hat die ja schon viel bücherregale braucht man für maximale 15 bücherregale das mache ich jetzt ich glaube weiter wollen ach genau was herren das noch passiert ist und zwar alex hat never portal gebaut was er gerade richtig hat bei mir da hat alles never portal gebaut dann julian verewigt sich gerade da unten also dieser schandfleck in der natur das hat julian gebaut kannst mich mal deine mutter kann nicht mal moment was machst du in meinem haus ist ja gar nicht so schlecht dass sie echt richtig gut aus leute kleinen apfel rausgekriegt ja der gustav beim gustav hat es auch mal einen apfel gedroppt da waren waren dort dann hatte ich mein inventar schon voll das war da wo ich angekommen bin hier wo er echt mal wo ist hier ein dschungel wie gesagt gustav ich hab ich hab ich hab's geschafft ich hab den kreis geschafft nach was weiß ich wie viel anläufen es hat alle das liegt einfach an meiner inkompetenz pläne zu lesen ja ja also alex ist allgemein inkompetent aber da ist er besonders inkompetent muss man wissen so boah gott das hat ja ein spaß alex ist ganz schön schlecht hat das sowieso wo ist denn jetzt in der feil ich seh den gar nicht hab ich keine feile mehr sonst würde ich weiter versuchen müssen die wieder haben brauchst du nie ich mach mir dann welche ich hab noch genug gehabt wie dann eigentlich muss meine hühnerfarm jetzt bald mal machen hümerform eine hümerform ne weil ich mich das eben noch mal versprochen hat alter weil also ich kleinen nachtragende motherfucker das war ziemlich witzig war irgendwie nie ziemlich mit ist was ziemlich witziges dauerungstisch ich dachte dass du keinen penis hast alter okay wenn sag was ist passiert ist sie darunter gefallen ich gehe gerade hier beim alex in dieses rück meinen dingens immer höchstwischen aber ja ich hab das nie komplett ausgeleuchtet weil wir in die fackeln ausgegangen sind und ich aber die ressourcen wieder noch haben wollte sobald ein neues schwert machen ach die fledermausse scheiße ganz ehrlich agustav hast du schon gesehen was ich dir reingemacht habe in der kiste da muss ich natürlich mal gucken moment ähm gab dir noch was vom never ach doch ich sehe es oder moment da ne uh never quartz da stehe ich drauf feucht acht blöcke immerhin nach acht blöcke never quartz ist besser als nix ja ich hab noch mehr mit ich hab dir bloß die ich hab mir bloß einen halben stack gegeben weil ich hätte so eh noch einen halben stack hat ich war mit dem never ja ich meine das ist halt besser als nix ne ähm so ich baue nicht gerade aber wir können jetzt bis zu level 10 enchants machen dort ok ja level 10 bringt mir nix aus habe ich ja auch noch keine diamanten ich will erst verzaubern wenn ich diamanten ja wir brauchen wir brauchen auf jeden fall ähm zu fahren ja also das mit den mit dem ruckeln mit dem ruckeln tut mir echt wirklich furchtbar leid aber da kann man jetzt gerade eben leider nicht mehr aber wie viel fps hast denn du naja ich hab zwar gerade eben habe ich 55 aber dann geht das halt manchmal wirklich runter auf 30 bis 20 sogar august dein pc ist ganz schön schlecht muss ich mal sagen naja wie gut ist denn dein pc das interessiert mich jetzt mal boah jetzt habe ich das 8 laptop jetzt sogar nur 15 fps aber das geht teilweise echt gar nicht boah ist wieder regen ey also ich habe das seit 55 ja also ich habe das seit ich habe sogar wo scheiße ich habe 35 da sieht man heute julian ist ein kackbund kann ich mal die fps zahl lesen also gustav wir sollten jetzt echt in bälde mal die kühe einfangen in bälde ja dann fangen die doch mal ein weil ich habe kein weizen mit ja aber ich und ich habe keine und dafür müssen wir sowieso am anfang erstmal ein gehege für die bauen ach ja ich habe mal hier mein eingang meine kleine brücke hier ein bisschen safer gemacht damit ihr da nicht auch noch runter fällt ja ich fliege immer fast runter weil ich dann immer gleich zu deinem haus jumpen will boah alter dieses dieses geruckel das geht gerade gar nicht klar wow okay jetzt hole ich weiter hole ich mir die kühe dann muss moment ich mache nochmal ganz was aufnahmestopp ich muss mal ganz was nachgucken so okay da sind wir wieder in der aufnahmestopp und ja mal schauen ich musste gerade eben nämlich noch den offener ändern ich muss gleich zum mittag und ich habe die kühe alles ist ganz schön schlecht das ist der echte das wird sowieso nacht also nicht mal planen kann er ordentlich ich glaube ich habe hier unfähig hier hoch zu springen nicht tun nicht zu meinem feld dann sind die tot die kühe sind irgendwie unfähig hoch zu springen das ist jetzt alter 17 frames 14 frames achte mal die scheiße okay wir müssen hier unten das kuhlager bauen die kühe sind zu unfähig hoch zu springen na ich kann mich noch mal darum kümmern ich kann noch mehr treppen nach oben bauen ja die kühe sind jetzt hier oben aber ich muss jetzt auf okay tschau ja jetzt sind wir wieder bloß alleine ey ja der alex kommt dann bald wieder ja so in drei stunden ich will nicht sagen dass da alex ein boon ist ja naja ich finde auch dass du ein boon bist doch ich sag's nicht oh ist der nacht das geruckel geht echt gar nicht klar 17 frames wieder 14 frames wir können natürlich dann auch erstmal aufhören zu spielen können vielleicht später wieder spielen wenn der alex wieder da ist oder wenn der hemmel wieder da ist naja eins und beiden halt weil nur zu zweit spielen ist dann vielleicht ein bisschen langweilig auch dann halt auch in der aufnahme vor allem dann kann ich jetzt noch ein bisschen weiter hier rendern ohne dass ich irgendwie hier aufnehmen muss ja ich bleib trotzdem auf dem server ja okay dann gehe ich dann gleich wieder vom server runter aber das war eine lange aufnahme session leck mich am arsch kannst du rausschneiden nö das kann doch nicht drin bleiben aber ich meine es ist halt echt nicht die beste qualität sag ich jetzt mal oh alter das kotzt mich schon an du kotzt mich auch an ja ich dich auch und ich glaube das ist mein holz aller und ich glaube das ist mein holz aller der meister rough planier ja ok ich brauche noch einmal die dacht sein dann bin endlich die aufnahme wieder ja was ist eine kurze zusammenfassung zwischen basiert this help ist noch irgendwie zweimal gestorben oder solos den ganzen weg noch mal laufen jetzt sogar eben wieder gestorben musste nicht noch mal laufen es hat dass wir den porten aber ich dachte kein wort drauf und daher glück seitdem wie fies hey wieso ich habe mir nur gepostet weil er wirklich nicht von anfang an dabei warst ich wollte drei schilder mit irgendwie zehn tja halt mal ein bisschen mehr da spielt irgendwie auf meinem klavier gerade eben das geht mir ganz schön auf den sack war es richtig schlimm klingt der welcher vollspacken ist das bitte bestimmt fritz die müssen jetzt die schule machen deswegen haben die gerade eben irgendwelche hatte gerade irgendwelche aus einer klasse mit hier das klingt ja richtig schlimm man muss ja dazu sagen dass der gustav der pro ist im klavier spielen ja also pro ist vielleicht übertrieben aber ich bin schon relativ gut sagen wir es mal heute spielen die irgendwelchen mit alter dass das kotzt mich so an wir müssen morgen übrigens das lied vorsehen und ich hab den texten annehmen ich kann dir das dann mal kopieren und per ding ins kirchen schicken ich schreibe das die aber in ts rein also ich kann es ja dann mal schreiben endlich spinn dir mal ein bisschen was ordentlich ist ja okay und mit diesen wunderschönen worten war ein wunderschönes übertrieben jetzt heute aus der aufnahme raus und später ne und deswegen bis dann ja und mit diesem tollen ereignis hallo und herzlich kommt zurück zuletzt mit mangschaft together also nein muss mein zeug kriegen das liegt da direkt da unten rum durch die 11 oder schaffst das alleine alte ist mir verarschen nein das ist schlecht idee ich gehe mal nach unten und hol ein zeug nicht habe komplette eisenrüstung ja mach bitte alter schnell gucken was ich ja ja so ich es war nicht hier sind das in zwei spitzhacken und in der eisenspitze und ein eisenswert naja ist immer ein eisen was dann verloren gehen würde habe ich von andere rote genommen individualist alter habe ich kann lex hier habe ich aber auch bei mir nichts daran dass wir das ein rendere da habe ich manchmal frame einbrüche ja in der skelette ja genau ist eine erfahrung was darf das so ich dachte ich sollte das einsammeln ja hier ja ich kann ja bekommene sachen einsammeln ohne auch noch sein zurück kann ich irgendwo auch da kann ich auch hat es gut du könntest hier vielleicht mal eine richtige treppe wenn du kannst ich habe ich habe da so einen weg gebaut jetzt ist jemand raus ich glaube erik hat probleme im internet so also deins war user entered your channel da ja dass das 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 internet war gerade weg ja ich hatte auch schon ordentlich internet problem also das kennen wir auch noch deine war hat eine halb kaputte eisenschwerke ach hier ja übrigens das ist dein eisenschwert ich hatte ihn fast ich hatte ihn fast gar nicht aber wenn du wenn du wenn du stirbst dann dann gehen die relativ stark kaputt das weißt du schon dass es könnte trotzdem sein weil ich guck mal habe ich noch eins dabei ach hier ist so ist wirklich noch eins näher oder dass ich habe noch habe noch eins dabei gehabt ja das ist mein bruder ist so durft zum tieferspielen das jemand wo ist da das übrigens deine picknäger so ich mache schon das geht ja der langsame doch mal die so kommen hier also ich bin schon weil ich bin level 27 brauchen bessere verzauberung also ich das mit dem ruckland tut mir furchtbar leid aber lässt sich also wirst du kannst die sechs aus die sagt schon sechs dings aus meinen als sechs leder aus meiner kiste nehmen wenn du willst dann kann man ja irgendwo auch nach ganz oben durch oder mit hast du eine achse einstecken egal kommen als er das kommt voll als mehr in der erde wiedergeben ich kann das leder aus seiner kiste nehmen ja das sind sechs stücke oder so machen dann kann ich auch mal sechs bücher machen nix hat ja schon angefangen wir haben ja so ein allgemein verzauberungstisch gebaut für alle ja deswegen sage ich ja kannst du auch nicht ich glaube ich bin sogar wieder doch nicht johann hast du zufällig bambus über weil ich habe noch keine noch keine bambus form ja ich habe noch müsste auch noch bambus haben die kannst du auch mit rausnehmen ja mache ich gleich jetzt bin ich gerade eben schon wieder zurück weiter fünf frames alter drei frames alter als das geht gerade jetzt geht sie dann 30 habe ich ja ich soweit bin ich renne da halt währenddessen aber trotzdem ist das eigentlich der prozessor schaffen irgendwas stimmt da nicht ja komm das ist rennen dann das ist sieht schon ordentlich aus alles heute wohl ich wahrscheinlich eher am ram liegen als irgendwas an hey lol ich hab voll die gute idee warte mal ich beende noch mal das aufnahme da soll ich ihn besuchen jetzt bambus denn machen das ist aber jetzt wieder drin also was bambus warte kannst du nicht geben und geht besser ich schaue das hat eben immer so zwischen 30 und 40 frames also ich bin jetzt wieder da na ja 30 frames reichen muss reichen wobei ist jetzt jetzt geht sie da runter ich hatte sie hat immer frame anbrüche ich weiß nicht genau das kommt die ich weiß nicht nur mein kopf drauf wie viel gigabyte zugeordnet jetzt nur ein gigabyte zu guter hier dachte ich das rennen vielleicht mehr und das und bei dem das programm hat also dass die sonstigen ich weiß nicht über den programm wie man dem raum zu ordnen können das scheiße so sieht so aus dem kopf ist an welches programm genießt hallo händler hat mir schenken alle anderen aber das ist noch warum muss ja ich habe ich habe das mitgenommen das aus der kiste wegen ja ich habe alle wo hast du mein zeug gemacht auch was dein zeug hat er hier ja ja da hat doch der der jürgen aufgenommen oder so und der großen und der großen dass das so wie macht man noch mal papier nenne ich so so ja ich weiß was geil ist ja du wirst mir sagen im cornflakes ja ja sind ja aber übel haben wir auch mal welche haben wollte ich habe noch ganze zwei bücherregale rausbekommen doch gut also relativ nein wir haben ein durch ein durch zu wenig wir brauchen echt eine kuh von alex wollte er von kühe holen alle jürgen wo waren das das war nicht heißt er das führe ich jetzt mal zu ende dieses unterfangen er macht das mal so woche und ich unbedingt für wo hast du mein bogen dann mal stehen bleibt man stehen großer ich habe keine ich habe keinen weizen dabei weil ich keine drei geben wasser der einzelne doch reichen es geht immer krümmel hat jemand von euch nur eine uhr alex hätte einer aber sie ist nicht da scheiße da brauche ich mal eine da brauche ich mach das nicht noch mal ich kann Bock mehr drauf was zu laufen ich fand das eigentlich ganz amüsant ja nicht wenn es sechs mal was in die Gegend schon komplett kennst und du bist ja kommt zum kennenzulernen LQ die Kuh ignoriert mich ja das mag ich gar nicht so eine scheiß Koba musste können wo ist eigentlich ein der knöpfe der ist erst das machen wir doch bei seinem vater kann ich habe sogar noch ein paar fans ist übrig ohne mist es wird man es ist gerade mit nach hat die sonne ist gerade alt da hat man sich nicht gerade alle voll verstanden ja ich nehme an dass du damit meinst dass die sonne noch sehr weit oben steht dass du da ist irgendwie in sehr entfernter zukunft schlafen kannst richtig wir sind was er machen will was ich machen will schlafen damit er nicht noch mal den weg laufen muss was er wieder stirbt ich bin gerade schon wieder runtergefallen aber ich habe noch leben dann bleibt ein wochen auf der stelle stehen ja klar ich glaube auch ist ja auch zu langweilig aber ich freue mich schon wenn das gerendere endlich wieder vorbei ist es geht gar nicht klar alter wie auf die schon in der season gestorben sind das ist ja nicht meine season also er ist ja ich nur jetzt die mannschaft es schießt so da muss alle dran steintreppe geht dann von hier runter krein was erst mal zur unter vollständig okay gehen wir es los heute wieder muss ich jetzt so juli so wie es ist jetzt mitten am tag jetzt ist mitte kühle ich habe ich habe ich habe ich habe gemeldet es muss ihr habt es als kühle ich weiß dass ich beobachte hast du auch die feindro bei mir hat das mit der aufnahme irgendwie ruckelt ich habe sie dann neue version von optifeln die kommen dann nicht hinterher du musst das die zentrale zentrale musste ausbauen meint ich boh naja so los kühle los kühle los folgt mir los komm du auch guck mich an guck mich an du kannst hier doch nach und nach rein holen die gehen doch nicht mehr leute knallen weg ja ne das ist total bohrte diese ruckler so cool du folgst mir du folgst mir auch gut du folgst du mir ist aber überhaupt nicht also es ja ich habe halt solche ruckler auf dem pc sozusagen schlägt nicht mal eine internetverbindung alter bohr ihr dummen kühle ja erste kuh zweite kuh los du auch du dumme kuh bist du blöd oder so die gehen wieder raus wenn du die triffst sorry boh jetzt höre ich dich nochmal komm her mich? ja nee komm her auf doch alter nein doch weil ich einfach eine kugel drauf hab ja weißt du wie anscheinend das ist die kühe mit den rucklern da rein zu holen ja hör auf hör auf mami weil es dann erst trollen und dann nicht mit den konsequenzen leben könnte beschämt ja ich will dich mal wieder zurücklaufen müssen wo ist denn die kuh wo sind die kühe hin ja zwei sind noch da die dritte hast du verscheucht die ist jetzt ganze weggerannt Leute die backen bei mir vor rum jetzt sind sie wieder weg jetzt sind sie wieder da ey die ist da hinten die andere so so jetzt ist es es muss aber reichen von der öffnung her los jetzt komm rein du dumme kuh kuh boh alter geht die mir auf den sack äh kuh los komm mit kuh alter der günther ich helfe dir dann mal ja was ist mit dem schon wieder ne du verwirrst ihn nur wenn mehrere leute weizen haben ok ok ne ich mein ich will dann auch noch welche rum gehen genau wo bist du eigentlich bohr diese faschisten kühe ich hoffe ich sterbe nie wieder wenn ich nicht noch diese lex dazu hätte wo ist doch dass ich hier so ein bisschen erde bei dir abbauen wo bei mir hier so vorne das wohl man fast immer runterfällt wenn man da vor allem nein das war so bleiben habe ich noch nicht was vor ok ich wollte das hat gar nicht vor boh was sind das für dumme kühe ey die folge bis zu einem bestimmten punkt und dann nicht mehr ja alter die sind bei dir warte ich schon mal zu also du gehst mal mit dem rein dann hole ich zäune und ich habe säune dabei ich kann die zäune hier hinwerfen ja ok na ich komme schon mal also da kann ich ja das risiko dass ich da wird relativ gering ich habe auch nicht mehr wissen du wirst trotzdem sterben würde ich mal sagen na ich glaube auch irgendwie gustav köht mich oder so außersehen warte hier die fensters liegen jetzt hier vor mir ich habe sogar noch ein Zauntor falls n benötigt alle Echelöse dann gebe ich jetzt mal ganz was hier du hast du und du was Kuro Sprung kommst du raus warte ich brauche hier den zorn mal um den scheiß komzenten so ok und die zwischendern hat einfach mal ein bisschen hoch über die zeit wir können ja noch wo du bist so ein arsch weiß alter ich habe ein halbes herz wo bist du alter ich bin in der höhle geflogen scheiße ich will eben hast du noch anderthalb tja also gustav dicht mal die hier ran und der tag ist noch nicht mal zur öfterung boah er macht doch mal was konstruktives was weiß ich irgendwas ja das was ich mache ist ja eine treppe von mir zum julian und das ist das wo man am höflichsten sterben wird na wenn du schiffst mal nicht loslässt alter du bist so achso ne gott das war gar nicht Julian ich hab Hunger hast du was zu essen dabei ja ich will schon damit du ich hab ne Löhre tics aber nur bis irgendwie ja bis zur Hälfte des Lebens und soweit bin ich gerade danke und mit dem Fall und Bogen die Hand zu geben ist das schlimmste Fehler die man machen kann ja ich hätte dir auch kein gegeben aber du nimmst dir welche von deinem ich hab's mir selber gemacht ja die da steht einfach drauf der macht es gerne klar das ist doch ein pervers Hempel ohne wirst du da was das denn pervers kann ich dir die kleine Kuh töten nein nee hör auf komm da kriegst du vor allem auch kein Loot durch die Tropen noch nix in die kleinen sind wir wollen die jetzt halt hochzüchten aber P kriegst du glaub ich schon ja aber auch nicht viel ja ich hab' aus dem Kies ich will auch ein paar Pfeile mehr machen jedenfalls irgendwie den Krieger bedrohen und so ach so ja ich hab' schon welche aber die kannst du danach wieder hinbauen und noch mal fahren ja ich weiß oh jetzt Kohle habt ihr nichts besseres zu tun wer ihr beide ja Herr Eriks wird langsam dunkel ne ja ich weiß ist aber grad erst die Hälfte ne ey ich glaub du liest das falsch ab ne es ist grad genau in der Mitte zwischen Tag und Nacht naja da kannst du jetzt auch schon gleich also sich ins Bett legen ja gleich noch einmal einer muss sie nach oben dann kann ich nicht oh Gott ich geh' jetzt mal in Richtung Bett so jetzt kann ich nicht ins Bett werden schnapp sind ja irgendwo Rohstoffe warte mal ich glaube ich hab' nach Kies ja wo ist denn dein Bett, Gustav? ach du legst dich in mein Bett auch noch rein ja hab mir keins jetzt hoffen bitte bohr's nicht wieder ab ok naja ich hatte es zumindest nicht vor in näherer Zukunft ich leg mich jetzt lieber zweimal rein ne leg dich am besten auch immer mal so ein bisschen länger rein also naja ganz kurz naja alles alles fit im Schritt ok jetzt auch das ja gerne kennt mich da also bei Julian hat es ja auch funktioniert mein Wert von daher ja bei mir auch einmal aber da wie sich alle in mein Bett reingelegt haben wenn ich das einmal abbauen und ihr alle stirbt dann müsst ihr alle noch mal laufen ach los doch das nicht gewinnt ich keinen Weg aus ich kenne den Weg auswendig also wir haben die anderen nicht ja ja ohne Mist ich brauche jetzt wieder Eisen ich meine es an ja so dann baue ich jetzt die Waffe glaube ich ja darf nicht du musst dahin wieder kotzen mich da ist meine Spitzacke kaputt äh Spitzacke ne Schaufel oh gut das drückt sich mal ordentlich aus ja das ist echt schlimm also ich kann echt keiner sprechen boah diese Erde ich will jedes mal rüberspringen ey Entschuldigung äh Entschuldigung nicht Gesundheit tut mir leid es war meine Absicht es war meine Absicht mit keiner Absicht das war die totale Absicht wirklich meine Absicht geht gar nicht Bullshit boah ich höre schon wieder die ältigen Skelette oh getroffen alter alter ich war voll in deinem Rücken alter du stirbst gleich ey komm wir in keinen Fall ja ich bin fast Töffelgang hm also ich habe auch volle Rüstung und ich will sehen wie du mich töten kannst ne Eimer Lava scheiße ja genau und Gustav war so nett hat mir einen Eimer geliehen das stimmt sogar ich habe einen Freieimer bei mir drin ja was du bei dir drin hast will ich gar nicht wissen Alter du bist so pervers nö ich drehe nur deine Worte dir im Mund um no 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 so erstmal erstmal Spitzhacke reparieren so boah ich muss dann eigentlich mal farm gehen wer hat eigentlich meine ganzen Karotten geklaut oder hast du die gepflanzt Julian er hat sie gepflanzt er hat sie gepflanzt er hat sie gepflanzt aber ich hatte mal eine nicht mehr glaube ich ach so ja ich habe auch mal 3 gegessen weil ich Hunger hatte ich habe die ganze am anfang eine geklaut aber das weißt du ja das habe ich doch glaube ich habe gesagt dass du ja ne nehm darfst oder nicht ja hast du in der schule boah ist ja diese ruckler tut mir wirklich leid aber ich will jetzt unbedingt meinschaft zocken die untergangs lustig und da brauchst du dann eigentlich auch lol auf ja will ich aber halt gerade eben ist nicht schlecht groß da brauchst du noch irgendwie weizen oder bambus oder so also ich will mir schlecht an der bambus form anlegen ja woher du bist du mal was dann das waren die skelette von von jura zum glück nerven überhaupt nicht ich wollte endlich mal die sächliche treppe ja junge ich habe schon erde dafür gefahren hätte ich dir auch geben können ja ich jetzt klar hast du das letzte mal auch und dann hast du nicht runtergeschlagen kommen wir fangen wir lieber von unten an und danke eine erde mit stein stein kann ich bitte meinen stein wieder so die hast du ich mache hier nur so ein gang also von dort wo ich dann anfangen dann so du bist wirklich runter geflogen oder na doch aber ich lebe schade und wo eigentlich nicht davon über den zorn müsstest du ja von ungefähr so